Liebe Amatare, liebe Amatareinnen und Amatare, sehr geehrte Damen und Herren, ich befinde mich hier mitten auf dem Weg zu einem sehr wichtigen Treffen der Partei. Einige Spitzenkandidaten und besonders qualifizierte Mitgliederinnen und Mitglieder sind mit zu Angegen in diesem Zug und vereinzelt haben sie sich sogar zu einem Interview bereit erklärt. Sie sehen hier einige der prominentesten Mitgliederinnen und Mitglieder überhaupt. Ja, auch die Frauenverbände haben Lobby Gellner fließen lassen an die Partei, wie Sie sehen. Doch wollen wir uns zunächst auf andere Persönlichkeiten konzentrieren. Herr Dennis, Sie vermögen ja nun leider kein Wirdel wirklich auszufüllen. Haben Sie denn Alternativen für diesen Mangel anzumieten zur Kompensation, zur Gegenfinanzierung, wenn ich einmal spaßhaft so sagen darf? Ja, also erstmal mag ich die Bezeichnung Spitzenkandidat nicht, weil Kandidat irgendwie die Möglichkeit einer Niederlage impliziert. Ah ja. Und zweitens möchte ich darauf hinweisen, dass ich ja nicht die Presse bin, sondern Sie und deswegen müssten ja eigentlich Sie das Dirndl ausfüllen und nicht ich. Naja, also mit den Giants hat sich die große Politik noch eigentlich selten aufgehalten, es sei denn, es hätte irgendeinen persönlichen Vorteil gebracht. Und also, ich genieße natürlich den Vorteil, dass ich die Ausländerquote erfülle, aber bin für den Notfall natürlich auch bereit, eine Geschlechtsumwandlung zu unterziehen, um dann auch das Dirndl auszufüllen. Aber das ist einer meiner Programmpunkte, die ich heute auch in meiner Wahlkampfrede nochmal aufgreifen werde. Hört, hört. Dies ist ein Statement, das seinesgleichen sicherlich suchen mag, aber keineswegs finden wird, so will ich meinen. Ich bedanke mich vorerst für dieses erste Schlaglicht auf die politische Szene, wie sie ist und immer mehr sein wird. Vielen Dank an letzter Schwenk, immer wichtigste Parteimitgliederinnen und Parteimitglieder. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ja, 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 sie würden gerne auch ihre Oma grüßen. Nein, natürlich nur ein kleiner Scherz. So, vielen Dank, liebe Avatarin. Also ich möchte, ich möchte ihre Oma grüßen. Achtung. Grüße an ihre Oma. Grüße an meine Oma. Ja, das werden wir später noch in aller Ruhe ausdiskutieren. Liebe Avatarin und natürlich auch Amatare. Alles Gute, bis bald. See you. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und natürlich auch liebe Avatarin. Wir befinden uns die zeitweiligen Hauptpartier der Partei, die Partei nie und schwer zu erkennen ist. Auch prominente Mitglieder tummeln sich jetzt immer noch mehr und zunehmend in ihren Räumlichkeiten, wie man singt und weitere Scharen werden befolgen. Verschiedene Publikationen sind ebenfalls bereit. Klingend hier sehr interessante für die Abschaffung von Wärmefeiern für Parteien, wie man sieht in Hochglanz und mit Fotos und all so etwas. Die Aktivitäten sind ganz enorm und wie man sieht, die kompetentesten Frauen, die schönsten Männer, alles, alles ist hier restlos versammelt. Hier haben wir zum Beispiel noch den Genossen Eimer, auch mit der offiziellen Parteimekleidung, dem roten Schlips. Noch ist der Eimer leer, doch das kann sich ändern. Verschiedene wichtige Botschaften werden hier verkündet, top aktuell, wichtig, wichtig, wichtig und überhaupt. Vielen Dank, Frau Ernst. Vielen Dank. Vielen Dank.